Am ersten Tag verhinderte er ein Attentat. Nicht bewegen! Keine Bewegung! Am zweiten Tag stoppte er eine nukleare Katastrophe. Am dritten Tag kämpfte er gegen eine neue Sache. Am vierten Tag springte er ein Fotografen. Alles klar, ich hab sie! Am fünften Tag tarnte er die Fotografen. Los los, alle da rüber! Am sechsten Tag aber stand er an Antwort. Ich werde die Fotografen geben! Die Wahl! Am siebten Tag stürzt München ins Chaos. Harry J. Bauer kehrt zurück. Alltag, acht Stunden, zwölf Themen. Gleichzeitig zugegraben. Er landet auf Warr 08. Ich habe das Flugleitsystem übernommen. Weder Sie noch irgendjemand anderes kann mich aufhalten. Man erwartet von mir, dass ich den Auftrag um jeden Preis zu Ende führe. Auch wenn Sie gegen die Gesetze verstoßen? Möglicherweise. Harry, Ihnen läuft die Zeit davon. Im Moment spricht alles dafür, dass dies eine erfolgreiche Veranstaltung ist. Harry J. Bauer nimmt am 21.7. am Fotomarathon in München teil. Wer stellt sich noch dieser Herausforderung? Ein-Modell und ein-Modell und ein-Modell und ein-Modell. Ihnen wäre gut, was Sie bitte wieder genauer, dass das zu Ende fühlen ein.